In diesem Video Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Elemente relativ schnell kopieren können, um sie zum Beispiel in dieser Form anzuordnen. Wir kennen ja schon den normalen Kopierbefehl, diesen hier oder den Spiegelbefehl. Und es gibt noch einen weiteren, nämlich hier eine Reihe, mit dem lässt sich auch relativ schnell Dinge anordnen. Zum Beispiel in Reihenform, wie man hier sieht, oder auch erst im Pfad, im Lager eines Pfades, lassen sich Dinge platzieren oder halt polare Anordnungen, quasi Kreisführung. Und das Ziel ist quasi hier diese Bohrung, wenn man so hält, ist meinetwegen ein Blech, ich möchte quasi diese Bohrung jetzt hier mehrfach anordnen. Ich zeige mal zwei Varianten, wie man das machen kann mit dem Befehlreihe. Zunächst wähle ich hier diese Bohrung aus, die ich jetzt kopieren möchte. Dann gehe ich hier auf den Befehlreihe, wähle Rechte gegen Reihe aus und dann bekomme ich hier diese Reihe. Und man kann jetzt hier das über die Befehlsteile steuern oder hier oben über die dynamische Registerkarte, ähnlich wie bei Schraffuren. Und kann jetzt hier zunächst mal die Anzahl der Spalten eingeben und das kann ich mal kurz nachzählen. Ich mache mal den Rasterplan aus. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spalten und fünf Zeilen. Und das gebe ich jetzt hier oben mal ein. Also die Anzahl der Spalten wäre acht und die Anzahl der Zeilen wäre fünf. Die Ebenen, das ist dann interessant, wenn Sie es in 3D betrachten wollen. Es gibt dann noch die 3D-Reihe. Dann können Sie quasi auch noch in Z-Richtung die Dinge kopieren. Wir machen das hier nur in X- und Y-Richtung. Also X steht jetzt hier. Die X-Richtung ist quasi die Spalten und die Y-Richtung hat die Zeilen. Und die Z bleibt quasi eins. Wir gehen nicht in die Z-Richtung. Okay, jetzt haben wir die Anzahl eingegeben. Und jetzt kann ich hier die Gesamtlänge definieren. Oder was hier in dem Fall einfacher ist, einfach hier den Abstand. Und um das Ganze jetzt hier einzurasten, aktiviere ich jetzt hier noch mit F9 den Raster-Funk. Und wenn der Raster-Funk an ist, dann kann ich hier quasi einfach nach Sicht einrasten, wenn alle Kreise auf dem Raster liegen. Ja, auch hier verwende ich wieder einen Raster natürlich. Und dasselbe mache ich jetzt hier in Y-Richtung. Aufpassen. Ich muss den Raster fangen, erstmal ausschalten, damit ich hier diesen Griff anfassen kann. Oder geht es auch so? Da geht es sogar auch so. Und dann bastel ich hier einfach ein. Jetzt bin ich hier fertig. Das habe ich im Prinzip mehrfach kopiert. Wenn ich fertig bin, gehe ich hier auf Beenden oder hier oben auf Anordnung schließen. Assoziativ heißt, ich könnte jetzt, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Lass es mal hier aktiv. Geht es ja auch anordnung schließen. Assoziativ bedeutet, wenn ich jetzt hier dieses bearbeite, ich sage Quelle bearbeiten, dann könnte ich jetzt hier einen auswählen. Okay. Und könnte jetzt hier zum Beispiel, ich glaube hier den Kreis anklicken und den zum Beispiel, Eigenschaften, haben wir uns die Eigenschaften, die hier, ja. Ne, ist es immer noch. Also jetzt habe ich ihn. So, hier haben wir jetzt einen Kreis und irgendwo ist ja der Radius. Hier, um den Kreis zum Beispiel auf 10 hochsetzen oder größer. Und Sie sehen im Prinzip schon, die anderen gehen mit. Ja, das ist der Trick mit dem Assoziativ. Das heißt, wenn Sie das Quellobjekt verändern, dann gehen die anderen entsprechend mit. Ich mache es wieder zurück. Radius war 5. Fertig. Interessant, dass es jetzt schwarz wird. So, warum jetzt hier in dem Bild schon schwarz gemacht hat. Egal, jetzt gehe ich nach Änderungen. Speichern. Jetzt ist es wieder weiß. So, wenn Sie im Prinzip allerdings das in der Mitte raushaben wollen, dann müssen Sie die Schraffort, die Schraffort, sage ich schon, die Reihe quasi auflösen. Ab der ist immer noch eine Reihe. Das heißt, Sie können immer noch hier eingreifen und die Anzahl der Elemente verändern oder den Abstand und so weiter. Das wäre jetzt in dem Fall jetzt unschön, weil ich möchte in der Mitte die nicht haben, also muss ich die Reihe auflösen. Wie löse ich sie auf? Sie gehen einfach hier auf den Befehl Ursprung, klicken die Reihe an, Enter. Und jetzt ist die Reihe aufgelöst, habe ich quasi alles einzelne Elemente. Ich würde Ihnen empfehlen, vorher daraus einen Block zu machen. Und wenn die Sache komplexer ist, machen Sie einfach hier raus einen Block und tun Sie dann den Block quasi danach in der Reihe positionieren, über die Reihe positionieren. Dann erreichen Sie das selbe. Ich werde das dann gleich mal in der nächsten Variante demonstrieren, was ich damit meine. Jetzt lösse ich das hier raus. Und habe jetzt hier die Reihe erzeugt. Eine andere Variante, die Reihe zu erzeugen, wäre, indem Sie sich die Abstände einfach ausmessen. Ich will das mal löschen. Und jetzt mache ich mal hier daraus einen Block. Ich klicke hier zunächst den Kreis an, gehe dann hier auf Einfügen, Block erstellen. Den gibt dem Block einen Namen, dann hier einfach Bohrung. Der Auswahlpunkt, das sollte hier dieser Punkt sein in der Mitte. Objekt haben wir schon gewählt, das ist hier dieser Kreis. Und den Rest können wir eigentlich bestätigen. In Block konvertieren, ja. Jetzt habe ich daraus einen Block gemacht. Jetzt gehe ich wieder auf den Befehl Reihe. Start. Zunächst wähle ich das Ding aus. Gehe auf. Achso, bevor wir das jetzt hier machen, ich würde eine andere Variante zeigen, wie Sie die Reihe auch erzeugen können. Und wenn ich mir die Abstände ausgehe, also hier auf den Befehl Abstand, der ist ein bisschen versteckt. Dann muss ich jetzt gucken, wo er ist. Hier ist er. Abstand. Und weil es einfach hier über den Raster fahren geht der Abstand aus. Und der ist hier 175 und nach oben dürfte 100 sein. So ist es hier, genau. Also das merke ich mir. Und dann kann ich das auch direkt eingeben. So. Gehe also jetzt hier, wähle den Block aus. Gehe auf die richtige Reihe. Und gebe jetzt einfach hier die Anzahl ein, 8. Und der Abstand insgesamt wäre 175. So. Und hier hat man gesagt, hier sind 5. Anzahl insgesamt wäre dann der Abstand 100. So kriegt man das auch hin. Da brauchen wir die Griffe nicht bemühen. Können das quasi direkt eingeben. Können es auch über die Parametri hier unten eingeben. Das bleibt gleich. Also da tief schalte ich aus. Gehe auf Anordnung schließen. Und habe jetzt hier quasi die Reihe schon aufgelöst. Lösche jetzt hier in der Mitte die überflüssigen raus. Jetzt kann ich allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel den Block ändern will. Oder die Bohrung ändern will. Auch kein Problem. Ich gehe einfach hier in den Blockeditor. Ändere jetzt hier meine Bohrung. Zeichne zum Beispiel in die Bohrung. Hier noch eine Linie ein. Zum Beispiel sowas. Und das. Wie kriegen wir das jetzt hier? Machen wir es vielleicht so. Also hier drauf. Na komm schon. Jetzt haben wir quasi so ein Kreuz eingezeichnet. Gehen auf Blockeditor schließen. Sagen Änderung speichern. Und jetzt ist da leer irgendwie ausgeschaltet. Oder wir sehen schon, dass es einfach nur auf Exit gehen. Und dann sehen wir auch hier überall jetzt die Sache abgebildet. Ja, also wie gesagt, diese Assoziativität erreichen Sie auch, wenn Sie, also zumindest bis zu einem gewissen Grade, wenn Sie hier daraus einen Block machen vorher. Und dann können Sie dann mehrfach über den Befehlreihe positionieren. Der einzige Nachteil im Vergleich zur anderen Version ist, wenn Sie draufklicken, ist der Befehlreihe nicht mehr aktiv. Das heißt, Sie können jetzt nicht im Nachhinein die Anzahl und die Abstände verändern. Und ja, das war im Prinzip immer noch möglich, wenn Sie die Assoziativität eingeschaltet hatten von der Reihe. Das heißt, sobald Sie das ausschalten und den Reihbefehl beenden, dann werden die Objekte einfach mehrfach kopiert. Und Sie sind im Prinzip in Kamerreihe mehr editierbar. Nicht mal als Reihe editierbar. Ja, aber wie gesagt, wenn Sie dafür das Ganze, die Reihenobjekte quasi als Block definieren, können Sie zumindest dann noch die Reihenobjekte mit einmal verändern. Soviel zu dem für eine rechteckige Reihe. Also dieser hier.